Hallo und herzlich willkommen bei Sportdidaktik einfach erklärt. Studierst du Sport oder leitest Sportgruppen, zum Beispiel in Sportvereinen oder in pädagogischen Einrichtungen? Unterrichtest du bereits als Sportlehrkraft oder sogar als fachfremde Lehrkraft Sport und benötigst dafür noch sportdidaktische Grundlagen bzw. eine Auffrischung von bereits vorhandenem Wissen? Möchtest du in deinen Seminaren oder Vorlesungen sportdidaktische Grundlagen im Flipped Classroom Format lernen und benötigst dafür entsprechende Erklärvideos? Dann bist du hier bei Sportdidaktik einfach erklärt genau richtig. Wir, ein Team der Humboldt-Universität zu Berlin, haben es uns zur Aufgabe gemacht, sportdidaktische Grundlagen leicht verständlich zu erklären. Wenn euch unsere Erklärvideos gefallen, dann lasst gerne ein Like da und schreibt etwas in die Kommentare. Zurzeit können wir ca. 3-5 Videos pro Semester erstellen. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Euer Team von Sportdidaktik einfach erklärt!